Hallo Leute, willkommen zurück zu Escape Island. Ja, ich weiß noch nicht, wozu dieser Schalter hier gut ist. Da habe ich auch noch keinemlassen Dunst. Werde ich wohl auch nie haben. Denn das alte Video, was ich hochgeladen habe, das ist jetzt erst seit einem Schalter on. Ne, ist jetzt erst seit ein paar Stunden on und ich habe das... Habe ich gerade Brot gefressen? Na, ich habe das gerade... Moment. Irgendeine Tür, die sich da öffnet. Moment, das könnte doch rein theoretisch die Türen hier im Keller sein. Sind es aber nicht. Schade. Und wieder hochlaufen. Hallo, brauner Schaf. Ach, wie... Naja... Man wo... Wie weg man wo schwimmen muss, um bis nach ganz hinten zu kommen. So, man sieht auf jeden Fall kein Ende. Ein Ende der Fläche und sonst was. Das ist unglaublich. Naja... Da... Truhe... Oder habe ich die schon? Habe ich schon. Huhn. Böses Huhn. Ich weiß, was du vorhast. Stirre. Ah, hat nicht geklappt. Ich komme erfolgreich entkommen. Noch irgendwo Kissen hier. Hallo? Kiste? Nicht Huhn. Kiste. Das ist aber auch so tauchen kann. Einfach mal so schnell im Stehen. Die habe ich mal zuerstens auch schon. Ich muss entschuldigen, die Aufnahme ist schon ein bisschen her. Auch wenn ich die Folge gestern, beziehungsweise heute hochgeladen habe. Also sonntags. Ähm. Aber... Ich habe die... Was weiß ich. Wann habe ich die rausgenommen? Von der Woche oder sowas? Sie nehmt es mir nicht übel, falls ihr nochmal alles abklappert. Oh. Hallo? Was ist das? Ach, ne. Ach, ne. Schwimm. Zack. Ein... Mit Ruhe ist hinter. Ich sehe sie doch. Secret Farm. Es muss selber aber erstmal... Nichts da. Ha. Muss man hier vielleicht irgendwas reinlegen? Ha. Ich bin einfach nur Eier. Ha. Ich höre noch nicht mein Geräusch. Also ich würde mir auch sagen, wenn ihr irgendwie... Wisst, wie es gehen soll. Also, ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung. Ich habe schon wieder ein Brot gefressen. Das ist unglaublich. Nein. So wollte ich ja sagen. Na gut. Aber ich erinnere mich, wir wollten in eine Art Dungeon oder Höhle oder sonst was rein. Ich habe nur vergessen, wo die ist. Das müsste ich erstmal mitfinden. Also quatsch. Ich einfach mal wieder los oder halt die Klappe. Das ist, glaube ich, das Beste für euch und für mich. Müsst ihr euch nicht zweistellang mal eine Scheiße anhören, während ich suche. Und ich muss mir nachher auch nichts suchen, wenn ich wieder alles rennen darf. Ja. Scheiß Schwein. Aber vielleicht gibt es auch mehrere Hebel von den Dingern. Kann ja sein. Wo war denn nochmal das? Ich muss mich vielleicht mit meiner alten Aufnahme angucken, wenn ich sowas mal sehe. Hm. 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 Ah, hier. Sehr gut. Dann gehen wir mal runter. Oha. Will ich hier rein? Oha. 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 Also Peter hat hier geschrieben, dass Matthew ihn durchgehend sieht bzw. beobachtet und nur wenn er fischen ist, kann er diese Insel hier erforschen bzw. die Gefilden hier erforschen auf diesem mysteriösen Island. Gott, hier fällt gerade das deutsche Wort nicht ein. Also dort wo wir gerade sind, äh Insel genau. Ähm, zum Glück bzw. Gott sei Dank hat er diese Höhle gefunden. Er glaubt nicht, dass Matthew das hier kennt. Und am nächsten Tag, also Tag 9, ähm hat er einen versteckten Raum gefunden. Da müssen wir in der Western Beach, also westliche, westlicher Strand, da sollen wir enttauchen. Ähm, er weiß nicht, wo man es ihnen hinführen wird. Aber sie sind seine einzige Hoffnung für Freiheit. Also Matthew hat diese Höhle schon gefunden heute. Er hat eine, bzw. er, also Peter hat eine Tür mit einem Mechanismus eingefügt, nur um sicher zu sein. Und am 10. Tag versucht er die letzte geschlossene Tür auf dieser Insel zu öffnen und Matthews Privaträume, genau, Privaträume zu betreten. Und er weiß nicht, was ihn erwarten wird. So, aber erstmal klauen wir uns natürlich alles, was er so hart angespart hat. Hm. Ladi, mein Fynn. Vielleicht gleich mal lieber auf, sonst vergesse ich es ja noch. Ach, das waren wahrscheinlich die anderen beiden Schalter, die ich gefunden habe auf der Insel. Ja, das macht Sinn. Das macht Sinn. Ah, es wird dunkel. Ich verzeihen, ich lege mich erstmal pennen, bevor ich erstmal da runtertauche. Ich glaube nämlich, da waren wir gerade eben. Das weiß ich jetzt aber nicht. Na, ich weiß nur noch nicht, was das hier ist. Front oder Front? Gibt's ja nicht. Naja, also Western Beach. Dafür haben wir ja unsere tolle Karte. Das ist Süden. Westen. Ja, ich glaube, da waren wir gerade. So, hier runtertauchen. Oh, das kennt man ja. Hm. Hier soll da... ...geheimat rum sein? Also, ich hätte jetzt woanders geguckt. Ich hätte jetzt an der... ...dingstens Beach geguckt. Hm. 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 Hier ist noch Western Beach, oder? Ja, hier wäre schon wieder nördlich. Ha. Hier müsste es hier sein. Ich sehe nur eine Kiste. Wasser. Und das war's. Hm. Ich weiß jetzt nicht genau, was er gemeint hat. Weil wenn er diesen einen Raum meinte da... ...der war da auch irgendwo... ...moment... ...war der das hier? Ich glaube schon. Das war... ...der hier. Aber der war's für Aufwand, eigentlich. Wenn ich mich richtig entsinne. Also, hier. Secret Farm Engine Sliver. Hä? Ich will hier rein. Oh, jetzt ist mehr drin, ja. Puh. Hm. Wo könnte denn hier eine geheime Farm sein? Wahrscheinlich hier irgendwo... ...ganz offensichtlich... ...ir schlacht euch jetzt einen Kopf... ...und denkt, was macht der Vollidioter? Und ich renne hier rum... ...bis zum Gehtnichtmehr. Secret Farm. Vielleicht ist hier ein Wasser, den Hohel. Ah.